und jetzt willkommen auf dem kanal sind wir auf live mit mir den dienen und natürlich der auch gerade so spannende projekte und so macht ja wir sind ganz aufgeräumt und machen uns ins höchstchen und darum sage ich einen herrlichen applaus und genug werbung für mich und mein kollegen gemacht so ist faktorio das ist ein bastelspiel das hat der eine oder andere schon mitbekommen und hier gibt es hauptsächlich um grips und weil ich diesen grips nicht habe ich natürlich auf euch angewiesen und deswegen schmeiße ich mich mal frohen mut ist in den tod so ich habe gesagt ich brauche mehr strom deswegen habe ich angefangen schon mal ein bisschen ja das auszubauen mit dem strom geht es zu besogen neue idee wegen dem wegen dem tonsignal da habe ich einen schalter entdeckt das ist schon ein paar folgen her jetzt ist jetzt alles ist jetzt hier voll mit munition was soll denn das hier hat irgendwas nicht richtig hingehauen ja hat irgendjemand nicht richtig zugehört was ist denn da los wieso zum teufel steht denn hier überall ich sehe gerade weil ich hier wieder mit anderen auflösung spiele muss ich mal ganz kurz hier was umgestalten ja also wir sehen es ist kein signal auf also warum zum teufel ist jetzt hier alles voller munition kann mir lass mal irgendeiner erklären wieso steht das ding auf grün das kann nur bedeuten dass in der kiste weniger als 5 munitionsdinger sind magazine die dinge heißen magazine aber das ist das da steht auf einem anderen blatt da wollen wir gar nicht weiter drüber reden magazine 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 die sind hier irgendwo so jetzt müsste ja theoretisch hier hier weniger als fünf scheiß magazine drin sein das ist definitiv nicht der fall siehst du dasselbe was ich aussehe hier finden signalkabel verdammt hier fehlt eine ganze menge habe ich das gefühl es geht nicht ist zu weit weg okay alles klar jetzt ist dass die navide hergestellt ich frage mich aber warum da muss ich irgendwann mal so ziemlich mager was hier ankommt also an erz eine erklärung wäre dass hier irgendwie schon fast gar kein erz ist langsam mache ich mir aber ins hüßchen auch schon abgeschlossen bevor ich weitermache mit dem was ich machen weiter weitermachen wollte und das waren ja offensichtlich die dinge hier muss ich mal schauen dass ich hier das mit dem erz wieder in gang kriege dafür brauche ich erzförderer erzförderer dann sind die dinger hier davon haben wir zehn stock das sollte erstmal reichen aber ich muss auch sagen es ist jetzt wirklich so ein bisschen wie soll ich denn das jetzt mal sagen ich kriege es nicht mit einmal abgefrühstückt also mache ich das so das ist jetzt ein bisschen so so ist auch doof okay alles klar mir geht das erz aus und das ist echt doof also das wünscht man niemanden dass jemandem das erz ausgeht das ist eine ganz blöde situation so das haben wir natürlich kein strom da oben das macht jetzt aber nicht so viel weil die haben wir eh auch kein erz und jetzt erzählen wir nicht irgendwie so ein kram wie ich muss jetzt erzförderer bauen weil das würde ja dann bedeuten und das ist ja totaler unsinn dass ich irgendwie mehr erz dinge aufgestellt hätte als vorher für die ecke hier bräuchte ich jetzt eigentlich noch so obwohl die das ja in der mitte auch alles weg ernten also die scheinen ja nicht nur die scheinen ja auch in einem gewissen umkreis um sich herum das da weg zu ernten jetzt habe ich natürlich noch das problem dass ich natürlich das auch so ein bisschen aufgeteilt habe alles hier also mit weil es wird ja auf beiden seiten verteilt aber ich glaube ich habe das nicht über einen einzigen zugang laufen ich habe das aber das wird ja zu kommen jetzt wird das neue erzfördergebiet wird jetzt über einen zugang laufen das was die sache dann letztendlich auch vielleicht doch auch ein bisschen einfacher machen wird also und zwar hat er mir irgendwie dhg crafter erzählt dass ich vielleicht ja also ich meine dass ich halt vielleicht rote bänder nehmen sollte damit halt irgendwie damit das einfach alles schneller ankommt das kann ich tatsächlich machen mach das einfach mal ich nehme einfach mal rote bänder ich bin ich persönlich bin immer zu geizig für sowas so wenn ich aber rote bänder nehme dann muss ich allerdings auch rote dings und die dinge also muss ich alles rot machen okay okay there so unten da merkt man wirklich das ist nicht wahr jetzt mache ich das nochmal da merkt man wirklich den künstler wieder hier so so hier so da Nein, das wollte ich nicht. So, jetzt, ich baue übrigens einfach mal den Strom aus hier. Dabei muss ich halt immer schön darauf achten, dass ich das nicht gerade so baue, dass da wo kein, also es ist, boah, ich muss das unbedingt in ganze Sätze fassen, was ich da gerade versuchte zu erzählen, aber ich habe jetzt hier diese Strompfosten gelegt und die Strompfosten muss ich natürlich untertunneln, damit auch wirklich auf beiden Seiten halt so das ankommt und wenn ich halt irgendwie ausgerechnet die Lücke, wo der Pfosten steht, das ist mir auch schon passiert, also hier der Pfosten für die Stromleitung. Hier ist, wo die Erze rausgeliefert werden, ist natürlich denkbar ungünstig. So, das heißt, ich muss die Dinger jetzt natürlich auch. Das hätte mir gleich beide gemacht. Tatsächlich. Das ist ja praktisch. Da will ich ja mal gar nicht meckern. so, da brauchen wir nicht so machen. Ach Gott, er ist so, okay. Zahnräder, ich brauche noch Zahnräder dann. So, das heißt, ich kann jetzt hier ein... Ach, ich habe auch schon ein paar von denen. So, und dann bin ich gespannt, ob die reichen. Ach, ich drücke immer, ich habe immer ein Talent, die falschen Taste gerade zu drücken. Das ist ja wirklich ekelhaft. Neu Verruhrknall. Weltall und das Leben. Okay, alles klar. Okay, nächste Seite. Das war alles mal voller Erz, das macht mir echt ein bisschen Angst. Oh, fuck. Oh, fuck. Wieso habe ich das... Das war die Zuleitung für was anderes, ne? Mist. Das war jetzt dämlich. Das kann jetzt alles weg. Okay. Das macht kein Mensch mehr. Das macht kein Mensch mehr. Oh, fuck. So, jetzt wird es aber langsam eng mit den Bändern. Das Ganze muss ich noch auf der anderen Seite machen und mir fehlen jetzt... Ähm, mir fehlen jetzt noch die hier. Okay. Okay. Und... Habe ich davon noch einen? Ja. Also, ich meine D mit davon. Okay, das wird wohl irgendwie irgendwas mit kompletter Umgestaltung heißen. Nehme ich mal an. Ich werde gleich nochmal Material besorgen. Wie das Ding so richtig schön ist, sich in die falsche Richtung dreht. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit Schiff beeinflussen kann. So, das ist natürlich... Das bremst natürlich alles aus. Okay. Alter, was denn scheiße ist das denn? Na gut. So. Eigentlich habe ich das ja gemacht, damit auf der einen Seite das irgendwie alle wird, aber... Das hat ja mal überhaupt nicht geklappt. Aber hey, ist egal. Äh ne, ich brauche da noch nicht rüber. Ich kann erstmal hier dafür sorgen, dass das hier auch noch ein bisschen besser wird. So. Das war's. Jetzt kann ich aber rüber. Turbo! Mit in den Panzergespränge. Aber es ist irgendwie auch eine beruhigende Sache. Es hat irgendwas beruhigendes auch mal so ein Panzer in der Nähe zu haben. Kann man nicht anders sagen. So, ich will jetzt irgendwie ein bisschen mehr von dem Gedödel haben. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu laut, aber ich will einfach mehr von dem Gedödel. Gesamtmusik. Spieleffekt. Lautstärke. Da. Ja, ich mag einfach dieses Geräusch von diesen Dingern. Ja, ich hoffe, das wird eine Aufnahme. Ist auch einigermaßen so rübergekommen. Naja. So. Wir haben jetzt irgendwie viel gemacht, finde ich. Wir haben schon ein bisschen was geschafft. Und wir werden hier, wie man deutlich sieht, noch viel mehr schaffen, meine Freunde. Ähm. Was noch aussteht, ist das noch ein bisschen weiter auszubauen. Und wir müssen uns noch ein paar Zahnräder besorgen. Ich kriege gerade Zahnräder. Ich kriege gerade Zahnräder. Ich kriege gerade Zahnräder. Und dann werden wir ja noch weiter ausbauen. Und was dann halt irgendwie noch, also der Plan, also die Mission ist ja jetzt erstmal unsere Forschung auszubauen. Und das ist ja der Grund, warum ich überhaupt hier so rumdödel. Ja. Und, ähm. Und ein Grund ist halt, dass wir keine schwarzen Flaschen mehr haben. Wir brauchen unbedingt mehr schwarze Flaschen. Also keine ist jetzt untertrieben. Aber wir brauchen einfach unbedingt viel, viel mehr davon. So. Und, ähm. Aber jetzt muss ich mich erstmal um das Erz kümmern. Damit halt irgendwie, äh. Ja. Und ich hoffe, dass halt in der ganzen Zeit mir die Außerirdischen vom Leib bleiben. Damit ich mich darauf konzentrieren kann. Aber bis jetzt sind die Außerirdischen gerade so schön brav. Und wir hoffen auch mal, dass das so bleibt. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. So, ne. Also wir sehen, hören, so. Weißt du, was ich meine. Und. Ich wünsche bis dahin noch viel Erfolg. Ciao.